Wir haben wohl schon ein Stückchen geschafft, ne? Mal hier. Mal diese Holzhacke verbrauchen. Ja, voll! Yes! Äh. Doch. Ich hab jetzt gerade kurz überlegt, ob ich die damit... Oh, wunderbar! Ja! Wunderbar! Jawoll! Diamant! Was war denn? Fünf? Oh, fünf Diamant! Und du auch. So muss das! So muss das! Jawoll! Äh. So nicht. Aha. Äh. Da ist der... Bevor mir gleich noch so ein Viech reingeschwommen kommt. Ah. Da war Eisen drin, ne? Ja, okay. Äh. Ich werde erst mal hier weitermachen. Auch schön. Öl. Nehmen wir. Und Eisen. Wunderbar. Ich hab immer Angst, dass da drunter Lara kommt. Alles schon da gewesen. Ja, ich sag doch, Eisen und Kohle. Ja, das sind diese spannenden Momente in einem Let's Play, ne? Wo einfach nur abgebaut wird. Aber wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine Menge Material. Das nützt alle nichts. Wie gesagt, später kann man da sicherlich einiges automatisieren. Und sich anders behelfen. Aber für den Moment brauchen wir das Zeug. Müssen es von Hand abbauen. So, wir haben schon das erste Stündchen rum. Hat mir gerade meine Uhr gesagt. Ach, das will ich nicht. Und nix erreicht. Oh mein Gott. Ja, ich hoffe, es ist nicht zu langweilig. Ich erzähle hier einfach nur ein bisschen Mist wahrscheinlich. Aber wir werden auch gleich mal wieder nach oben gehen. Schon ziemlich voll. Ich hätte nur gerne noch die Dinger hier verbraucht. Damit wir wenigstens mit vollen Taschen zurückkommen. Äh, erstmal die Erde. Warum ist hier so viel Erde? Redstone ist auch gut. Nehmen wir doch gern. Nehmen wir nicht. Ach, der Stack ist schon voll. Ja, ähm... Ich sag mal, Couple haben wir genug von. Und von Couple haben wir auch genug, ne? So, machen wir das erstmal so. Das ist doof, so. Ich will das nicht weg. Und ein bisschen Kupfer. Kupfer braucht man vor allen Dingen für Kabel. Aber auch noch für so manch andere Dinge. Auch zum Beispiel, um Bronze herzustellen. Letztendlich irgendwann im Forum. Fand ich auch sehr schön. Da ging's, äh... Ach, Mist. Schon wieder kein Platz mehr. Da ging's um, äh... Erze. Welche Erze man denn, äh... Noch so in Minecraft reinbringen könnte. Und da hatte einer diese... Diese super tolle Idee. Bronze Erz. Ja, Herz aller Liebst. Eine sehr schöne Idee. Aber das kriegt er bestimmt auch noch raus. Wie das funktioniert mit der Bronze. So. Jawoll! Noch mal so zum Krönen und Abschluss hier etwas Eisen raushauen. Boah, dann gehen wir erst mal... Richtung Heimat. Ich bin mal gespannt, ob das... Zinnkompatibel ist. Ha! Kohle! Können wir jetzt nur mit den Zähnen rausbeißen. Hatte ich nicht alle Slots voll? Warum sammelt der die jetzt? Ach so. Ja, ist klar. Ja, die Spitzhacke drin, ne? Gut. Hier müssen wir wieder rauf. Warum ist hier keine... Vielleicht mal so eine Fackel setzen oder so. Dann sieht man das besser. Gut. draußen ist hell für wie lange noch da war auch noch ein bisschen zinn fünfte band, wir haben fünfte band gefunden, ja erstmal sofort in sicherheit bringen habe ich eigentlich erde können wir hier direkt noch ein bisschen erde drüber klatschen was ist jetzt hallo ich glaube fraps macht mir gerade probleme und ich mache mal kurzen cut wollte ich gerade sagen aber es hat sich glaube ich gerade erholt ja wir werden, ich glaube ich werde gleich sowieso einen cut einlegen dann gucken wo sind wir jetzt ja Stunde zwanzig Minuten, ne zehn Minuten du Drecksack, was machst du denn hier komm her, wo bist du du Lümmel ich hätte jetzt die Gänsehaut gekriegt hier was rennen denn hier Viecher rum nur ein Creeper, Endermann hallo es ist gerade morgens, weil es ist schon wieder am Pelzen gerade die Nacht dazwischen na du ja pst gib dir gleich pst oh, oh, nicht Pelzen jetzt, nicht Pelzen jetzt nein hör auf zu Pelzen ja ich sag mal folgendes ich geh jetzt nur nochmal schnell in die Hütte und dann machen wir erstmal ein Cut ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis später ich und ich vor ich und